so wie gesagt so was gäbe es auch aber ja wenn die stube allgemein doppelt so viel wie dein zimmer verbraucht hat dann kann sie nicht sagen dass du viel verbrauch es sei denn der stoffverbrauch ist für den zimmer mehr von der probation her höher das könnte man natürlich auch sein nur weil der wert höher ist bedeutet es nicht dass es allgemein höher ist sondern es muss auch in einem verhältnis wieder gesehen werden weil sonst kriegt das nicht auch mal wieder noch ein paar verhältnis werte und das besser zu vergleichen das ist alles gar nicht so einfach wie man denkt aber da kicker sind dann meistens immer die geräte die im standby sind also wenn du ein sky receiver hast der ist ja meistens im standby aber ich habe mal für die gearbeitet von daher kann ich sagen dass der stromverbrauch im jahr sich ungefähr fünf euro bezieht wenn der im standby ist im verhältnis zu ausschalten da muss man das auch sagen so und ihre komische quest 25 was hat denn die märkte gegeben hat mir gegeben joel joel überbringt joel die gute nachricht klingt gut gute nachrichten überbreiten das tun wir doch gern hatte ich denn die quest nicht gestern ach man die haben die folgequests immer nie die brauchen immer ewig und drei tage um die folgequests zu machen nein heizungen zählt nicht dazu bei uns zählt das wasser noch mit dazu wegen der heizung im wasser das ist natürlich ein ziemlich krass wenn der warm wasser verbrauchst aber wasser ist allgemein das kann es jetzt nicht auf die stube beziehen weil ich denke man stube ist im verhältnis zum wasser ziemlich es sei denn du hast in der stube den wasser permanent mit warmem wasser laufen lassen hast dann ja aber das wird sich aus bad beziehen so dann machen wir mal arbeitsverträge fünf energie oh gott ausdauer 30 oh ja die nehmen was ist denn das für ein erfahrener riesenarbeiter neben war arbeiter anheuern für 30.000 ja natürlich noch ein arbeitsvertrag dankeschön zehn unerfahren abenteurer weiteren arbeiter bitte danke auch kommen 25 nehmen war und noch ein erfahrener riesenarbeiter nehmen wir auch wollen wir nehmen einen begabten nehmen auch und dann nehmen wir noch einen letzten und zwar einen mit 25 wie das ding ok jetzt haben wir genug arbeiter angeheuert ich muss dazu nichts sagen wenn sie am ende selber schuld ist ja besucher auf küche und bereits immer muss ich bei dem was abgeben nö aber ich muss irgendwo hier hinten noch was abgeben ja da hinten vielleicht aber hier schon so und ich muss das ding noch abbauen moment habe ich abbau werkzeug ja 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 naja die angelroute brauche ich eigentlich nicht wenn dann kaufe ich mir immer neue aber habe ich die andere ich hatte könnte ich ruhig mit reinnehmen das unkraut wird irgendwann nochmal voll von daher truf geschieße so ist jetzt mein wagen gewesen da waren wir hier jemand wo ist mein auto und schildern 321 warum wir so späte streams das dumme ist dass das ist wirklich ziemlich durch stelle mir den wecker relativ früh ich wach dann auch auf ich lege mich dann halt mal wieder auf die andere seite und dann brauche ich ewig lange um zu lernen das ist eigentlich der grund ich gerne ich habe so ein gewisses pensum und das will ich gerne immer am tag fertig bekommen und danach stüme ich eben erst ist ein bisschen nervig aber muss man erstmal durch es geht noch bis montag kenne ich was machst eigentlich beruflich ich beruflich nichts ich bin beruflich student geschult und wissens wissenseinnehmer wissens inhalator so irgendetwas wurde hier noch verbessert gleich mal noch die nächste stufe nehmen behausungen das gegen noch nicht nehmen nein wir nehmen nein wir nehmen nein das war immer noch nicht dritte stufen aufstehen und das letzte achte meine frisse 20 minuten so das noch ist da habe ich tausendsten mal noch gemacht moment wäre eigentlich cool wenn man hier haus verkauft nutzung nicht gekaufte häuser ja ich will sie nicht noch nicht gekauft sondern nicht abgegradet oder sowas hat das wäre cool 1 das wäre noch eine andere behausung nie das kostet aber doch zu viel ach stimmt das war ja auch wieso ein punkt eine blöde beitragspunkt fehlt hier ich glaube ist doch nicht egal wir brauchen mehr wildpflanzen ich brauche die das aloe vera zeug lesen das zeug aurora pflanze hier wenn mich jemand fragt dass ein student ist sage ich wir sind wir sind wir bekommen geld vom starten arbeiten nicht das geld der einzige unterschied meine familie ist stolz auf mich der ist super der ist super ach nee wobei man das bei mir ein bisschen anders sehen kann dafür kriege ich nicht was muss denn die familie bezahlen ach naja weil es ein vollzeit studium ist deshalb bei mir ist es ein bisschen umgedreht mit den letzten beiden punkten was studierst du kommunikation und medienmanagement ich habe endlich das ding ich habe das europa kraut endlich nach ewigkeiten des suchens das aurora kraut also man kann sagen ja ist es was handfestes oder nicht variiert stark so und ist millionen ja erst mal abgeben den indigen 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 Fernuni. Du kriegst dann immer so ein Ding zugeschickt und es musst du ausarbeiten. Muss ich echt sagen, das ist eigentlich ziemlich einfach. Äh, noch. Hast du gekommen, die Part und die Rebels aufzunehmen? Träger werden nicht verhörten, richtig? Wie gut ist es, du bist zu spät. Kommunikationswissenschaft und Politikwissenschaft. Das ist krass. Und wo das dann genau? Also, wo studierst du dann? Fahrgampf, Angriffskraft, Verstärker. Oh, was sind das teuer? 2, 1, 2, 1, 9, 2, 2. Wir machen die Magieverstärker. Ah, okay. Ich muss in die Vorlesung und mir... Rotz ist es immer, aber... Man kann es wirklich so und so auslegen. Es ist... Also, ne. Also, ich habe vorher mal ein Direktstudium gehabt. Und ich muss echt sagen, ich finde es schöner, das ein bisschen... Ist es unpersönlicher? Wer weiß. Egal. Aber das alles mit ein bisschen mehr Ruhe zu machen. Weil da kannst du dir echt... Ja, du kannst dir halt Zeit nehmen. Beziehungsweise kannst du es so schnell, äh, das Ganze durchackern, wie du halt bist. Oder, äh... Ja. Wie gut du halt bist, kannst du es halt so dementsprechend durchackern. Und da kannst du dir halt selber einrichten, wie, wann und wo. Und du musst halt nicht zu einer gewissen Uhrzeit in den ver... Bekloppten Vorlesungsraum, weil ich hatte mal frühs um... Ach Gott, wann hat das angefangen? Das war, glaube ich... Oh, warte mal. Das war, glaube ich, noch 6 Uhr und ging es, glaube ich, los. Oder? Könnte ich sehen? Es könnte auch um 7 gewesen sein. Aber es ist auf alle Fälle nicht meine Zeit frühs um 7. Ich bin dann immer kurz vorm Einschlafen. Das ist so schlimm. Ah, und da hab ich schon relativ viel Schlaf gehabt. Das ist... Ich bin einfach kein Morgenmensch. Scheiße, das ist nicht mein Wagen. Fuck. Äh, hier. Ah, das zählt dann auch noch ein. Weil mir geht's 8 Uhr los. Dann meistens bis 19 Uhr. Ah, ne. Das Schlimmste ist, wenn dann alle um einen herum irgendwie über was auch immer für Themen reden und man sich dann auf die Vorlesung konzentrieren will. Das ist ja... Weil ich hab eher die... Wenn ich irgendwas lernen will, dann will ich meine Ruhe haben und will das lernen. Und ich hab dann eher nicht so die Lust, das noch ein zweites Mal zu lernen oder so. Das muss beim ersten Mal sitzen und dann muss das. Das heißt, aufpassen und ja, alles mitbekommen. Weil ein zweites Mal tut man sich das nicht an. Das ist eigentlich meine Voraussetzung an's Lernen. Das muss beim ersten Mal sitzen. Deshalb muss man ja beim ersten Mal so intensiv das Ganze machen, damit das beim zweiten Mal gar nicht erst draufkommt. Beziehungsweise, dass der Verlust an Wissen über die gewisse Zeit dann auf ein Minimum beschränkt wird. Man muss ja durch die ganze Stadt Fahrrad fahren, weil die Vorlesung immerhin... Oh, das ist assi. Vor allem, wenn du dann nur noch so, keine Ahnung, 10 Minuten Unterschied hast und die Zeit zwischen den Vorlesungen ist vielleicht mal so knapp 10 Minuten. Und dann sind die guten Plätze alle weg. Und dann musst du vielleicht ganz hinten hin. Ganz hinten ist zwar ganz gechillt, aber ich würde mal denken, nicht der empfehlenswerteste Ort dafür. Bei mir ist Covi-Kommunikationswissenschaften ein Doppelfach. Also man kann anstatt Politikwissenschaften was anderes nehmen. Deswegen hocken wir auch die ganzen Wirtschaftswissenschafts-Nu... Äh... Netten da. Die Nus aus der Wirtschaftswissenschaft. Genau die. Bei uns sind die vorderen zwei Reihen immer frei. Wirtschaftswissenschaft halt, ne? Ich weiß jetzt nicht, was das zu dem Thema zu sagen hat. Aber wenn die vorderen zwei Reihen immer frei bleiben, dann bedeutet das entweder, das Thema ist nicht schwer genug oder das Thema ist nicht interessant genug. Das sind die beiden Varianten. Ah, fuck, die Bronzehacke. Habe ich die immer noch nie gemacht. Verdammt. Gibt's denn nicht? Äh... Ich sehne jetzt mal diese im Moment. Ähm... Hab ich denn... Ich hab doch hier irgendwann mal eine Werkstatt mit einer Bronzehacke gemacht, oder? Bronze. Was sieht denn mal so aus wie eine Hacke? Ne, mal enthacken müssten ganz oben sein. Ich hab ja automatisch sortiert. Hacken sind auch keine da. Wir brauchen also immer noch diese Manufaktur. Hier ist sie. Und wir stellen her eine Bronze... Wo ist sie denn? Hier. Hacke. Motionsauftrag. Bronzehacke. Wo bist denn du? Hacke aus Bronze. Schafe. Wieso kann ich die Bronzehacke nicht herstellen? Was fehlt denn? Einmal Bronze? What the fuck? Bin ich? Habe ich... Nein. Fuck. Okay. Da war ich zu... Warte mal, ich hab doch genug Zinn. Ich hab genug Zinn. Moment. Äh... Shit. Oh, da hab ich beim letzten Mal nicht alles sammeln können. Ich könnte kotzen jetzt. Nein. Ah, dumme Bronzehacke. Oh, komm schon. Wollt mich echt... Ich hab mich echt verarschen. Okay, warte, Moment. Was, was wollt die denn überhaupt von mir? Der Rebels, der Armee. Der zottelige Hund vom Hof Moretti. Der zottelige Hund vom Hof Moretti. Es müsste entweder so ein Riese sein, oder es ist wirklich ein zotteliger Hund. Den ich denn hier nirgendwo finde. Und Weizenfeld da... Nee. Äh, bei uns ist das so ordnet. Vorne sitzen, ich mit meinen Leuten dahinter sitzen die ganzen Leute mit dem Abend davor feiern waren und hinten sitzen die ganzen Weiber, die sich drüber unterhalten, wie geil ihr Leben ist und YOLO-Swaggern sich in meiner Hand. Ah, und YOLO-Swaggern. Ah, das ist nice. Ah, YOLO-Swaggern. Das ist... Oh, das ist super. Das ist echt nice. Besseres Werkzeug. Okay, hatten wir... Moment, der zottelige Hof... Oh, zottelige Bärdehoff Moretti. Kommt schon. Gib mir die Quest. Ah, warte mal. Punkte, Punkte. Die kommt weg. Jetzt. Der zottelige Hund vom Hof Moretti. Da sagt ich, dass ihr euch ein Uniform für erfahrene Sammler gebt, wenn ihr den Leuten auf dem Hof Moretti helft. Ja, toll, das Ding. Okay, eine bessere Werkzeuge brauchen wir halt noch. Das wird das Letzte sein. Ah, zotteliges Werkzeug. Moment. Werkzeuge. Werkzeuge sind Spitzhacken. Moment. Da brauche ich vielleicht noch mal ein paar. Hofhändler. Hofhändler. Was kann der mir denn anbieten? Ha, Spitzhack. Geil. Nehmen wir gleich mal eine mit. Und den Rest können wir gleich mal noch verkaufen hier. So, das kommt auch noch weg. Das war natürlich auch noch. Und... Ja, die kommen auch alle weg. Hm, das Flamingo-Ei kommt auch weg. Das harte Letzte wollte noch einer. Und das Bier wird natürlich behalten. So. In der Naht. Spitzhacken sind Werkzeuge. Aha. In der Tat. Oh, scheiße. Äh. Das ist genial. In der Tat. Äh, das ist... Ah. Das muss man immer mit so ein bisschen Zwinker nehmen. Dann ist das... Wird richtig, richtig lustig. Wer hat's erfunden? Die Schweizer. Wer genau? Von Nicola. Man, was wollte der haben? Der wollte doch auch noch irgendeinen Scheiß. Traders bekommen keine Merz. Bin ich richtig? Oder? Doch, der wollte doch einen Scheiß haben. Was ist denn das für eine Quest jetzt? Haha. Du warst also der mit dem Typen, den ich befreien muss? Okay. Wagen 1. Dein Ziel ist zu weit entfernt oder wird verdeckt. Ja, toll. Wenn die ihre Wagen nicht im Griff haben, dann kann man ja auch nichts dafür. Wir fahren im Nu. Zu unserem Punkt an der Ende der Karte. Wo uns auf dem Gegner warte. Hm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss echt aufpassen, dass Mainz nicht kaputt geht hier. Der Wagen war teuer. Und der ist nicht versichert. Das wäre noch geil, so eine Wagenversicherung, die man abschließen kann, die man dann prozentual vom Silbereinkommen absteuert. Das wäre natürlich hart. Das wäre cool. Wenn das Ding kaputt geht, dann wird das öfter passiert, ist der Betrag dann höher. Ach ne. Ähm, ja. So ein Fighten hier. Äh, wie schreibst du deine Klausuren? Ähm, da muss ich an Prüfungsort fahren. Und dann kann ich die dort dementsprechend schreiben. Das sind dann, äh, ja, in Berlin zum Beispiel ist eins. Das ist am nächsten Rand. Da war ich dann immer da hin. Setz mich da in so einen Raum, krieg das Ding und schreib das voll. Also das Ding, die Arbeit, den Zettel. Dann schreib ich mir dann so voll, bis ich dann keine Lust mehr habe und geb den ab und dann, ja, dann wird er korrigiert. Weil ich mich ziemlich praktisch. Also wenn, ja, man davon absieht, dass Berlin jetzt nicht ganz nebenan ist, ist es ganz praktisch. Äh, ich hab einen tiefer gelegten Dreierwagen. Nein. Einen tiefer gelegt. Ah, herrlich. Das macht's natürlich einer aus. Uh, Treppen. Jeder einzelne Stub. Was ist das denn? Bomben. Oh Gott. Gibt's Bomben? Hier muss man ja aufpasseln. Was ist das? Ein Geleitschützer. So, sind sie uns endlich mal in der Tür. Scheiße, ich wollte da eine Explosion dahin ersetzen. Ein Geleitschützer. Ein Schutzgeleiteter. Ein fehlgeleiteter Schütze. Ach, und das ist der, den ich befreien muss. Dann wissen wir es doch schon. Woher kommst du her? Aus Sachse. Wie wir alle wissen, ist das nicht ganz so nah an Berlin dran. Also eigentlich ist es aber schon ganz so nah an Berlin dran. Beziehungsweise haben wir überhaupt. Ist ja trotzdem noch ein ganzes Stückchen. Oh fuck, gib mir Geld. Mana, mana. Und ich ziehe es aus ihm raus. Mana, mana. Und ja, Feuerbände. Mana, mana. So, jetzt aber. Was sind diese Typen? Gibt es denn nicht? Good Explosion. Oh scheiße, cool down. Oh, nee, 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 nee. Das ist er. Den muss ich kaputt machen. Mana, 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 mana. Oh fuck, was war denn jetzt gerade los? Kamera angeht. Oh Mann. Oh, kacke. Komm, 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 komm. Geht der Matto? Alter, ist der riesig. Ah, aber die typische MMO-Krankheit. Die Anführer sind immer drei Köpfe größer als alle anderen. Und der sieht auch nicht so aus wie ein Riese, eher so wie ein überproportionierter Mensch. Oder ist es ein Monster? Könnte auch ein Monster sein. Oder ist es der Held? Bist du AfD-Wähler? Nö. Bei uns gab es noch keine Frage. Ich weiß jetzt nicht, wie das in die Bezeichnung reingeht, aber nö. Weil ich echt sagen muss, dass es lustig ist. Ach, man. Man kann über die AfD-Wähler sagen, was man will. Sie haben gewonnen. Ich kann leider von meinem Bundesland nicht im Allgemeinen ausgehen. Es wird immer nur sehr viel superiert, dass es rechts ist. Das liegt aber an der Pegida, die da ihren Anfang, zumindest Dresden, gemacht hat. Oder war es überhaupt in... Müsste eigentlich in Nähe Dresden gewesen sein, aber... Könnte mich aber auch irren. Das ist halt das Dumme. Die meisten denken, dass Sachsen ziemlich rechts ist, obwohl es das vielleicht sogar nicht ist. Aber das ist halt das öffentliche Bild, da lässt sich wenig gegen machen. Was haben wir denn hier? Ah, Vögelchen. Alrundis hab ich. Hallo, Alrundis Zorn. Ach, dann muss ich den selber kaputt haben. Ich glaub's nicht. Interessant. Okay, jetzt müssen wir anscheinend nochmal kaputt hauen. Tolles Ding. Oder? Oh, bitte nicht. Was ist überhaupt diese Quest hier? Äh, Alrunding ins Kirchen. Man, wie wär's morgen wieder einfach? Ein bis zwei Stunden leider wieder entspannt. Das kannst du wieder gebrauchen. Wieder entspannt ist gut. Ähm, deswegen Frage, ja. Äh, was hier los? Wie hier los? Hier, keine Ahnung. Ich lauf hier auf kaputte, überkapelte Dächer und guck mir die Gegend an und wundere mich gerade, was für eine Quest endet wurde. Aber irgendeine muss es gewesen sein. Ja, genau, die ist es. So, was wird's denn hier sein? Äh, findet Alrundis hab ich, ja. Ich hab sogar schon Alrundi kaputt gemacht. Alrundi, äh, so provestlich dieses Spiel. Wenn man ihn fast schon vorwerfen. Wow. Ah. Ja, genau. Und was hier los? Ja, äh, wie, äh, mh. Und wie genau meinst du das hier? Äh. Hö, eu, eu. Äh, fühlst du los? Gibt's denn nich? Selbst da sagtensicht, was hier los ist. Ja, ja, ja. Alrundis hat ja gut. Ja, jetzt habe ich das haare Buch gekriegt, oder wollte mal. Näh. Natürlich ein Seelslangschwert, ne? Kein magischer Schaf, ne, blödes Langschwert. Kannst du das Ding überhaupt? Schade, kann ich nicht ausnehmen? Too bad. Du, 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 Träubi-Zwerg wieder erwartet. Aber sowas von. Krabus, der weint. Krabus weint nicht. Krabus, Krabus ist zu cool dafür. Krabus steht über dem Bein. Äh. Ich hatte gerade eine leckere Pizza. Jetzt, uh, leckere Pizza ist jetzt, oh, oh. Pizza ist, wäre jetzt eine ganz gute Idee. Nein, das ist mein Wack. Ding, ne, von meinem Wagen. Deshalb eine Wagenversicherung. Man weiß nie, wann der Wagen von über... Ja, strafazierten Gegnern angegriffen wird. Oder übermütigen Gegnern. Scheiße. Oh nö, Haltbarkeit ist ja mal mega nach unten gegangen. Ich wollte mich echt verarschen. Niemals in der Nähe von Söldern parken. Niemals. So, jetzt muss ich hier wieder umlenken. Oh Gott. Vor allem muss ich umlenken, indem ich durch ein blödes Lager fahre. Oh mein Gott. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Uiuiuiui. Scheiße. Aber nicht greifen die mich nicht an. Nein. Vor allen Dingen treffen die nicht mich. Ne, die treffen meinen Wagen. Kommt doch mal. Greif doch bitte nicht den Wagen an. Ich muss den vielleicht ein bisschen Panzern. Das wäre cool. Dann fährt es zwar ein bisschen langsamer. Oder ich brauche... Ja genau, ich müsste mir diese Palisaden, die die da haben. Diese Panzerbrecher, was auch immer das ist. Die müsste ich mir nehmen und an die Seite von dem Wagen ziehen. Und dann durch die Durchfahrt. Dann ist es dann wie im alten Rom mit so einem Kampfwagen. Dann geht's aber. Aber es ist nicht zu cool. Er ist einfach nur tanky. So, kann ich einmal mein Kind aufwachsen sehen? Ba, ba, ba. So. Das war denn jetzt Koop-Kopfgeld. Ja, ist klar. Ist nicht wahr. Nein, jetzt muss ich hier runter. Und diesen komischen... Tötet den beschworenen Rebellen Hauptmann Al-Rundi. Oh. Moment. Muss ich den beschworen? Ja, beschworen. Cool. Muss ich nur noch beschwören. Den Al-Rundi-Mann. Blockade der Al-Rundi-Rebellen? Ne, muss jetzt nicht sein. Und das ist noch was andere. Was ist denn das jetzt wieder für eine Quest? Das sieht aus wie die andere Quest hier. Was hast du denn für eine Quest? Al-Rundi, Held der Bauernschaft. Nein, vielleicht ist es für die Ihnen berichten, dass Al-Rundi tot ist. Da, da, da. Machen wir doch gern. Al-Rundis Beschwörungsrolle. Eins erforderlich. Ich werde Al-Rundi nicht nachlaufen. What? 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 Wie kann ich mich denn hier... Moment mal. Lügt über den Tod, Al-Rundi. Es geht glaube ich in die Beschwörungsrolle für Al-Rundi. Will ich den jetzt kaputt hauen oder will ich den jetzt lieber nicht kaputt hauen? Es ist jetzt... Lügt über den Tod und gibt glaube ich in die Beschwörungsrolle. Oder, oder, oder macht ihn doch kaputt. Das ist so gestört, dieses Geld hier. Full-Item-Bildraum. Genau, das ist Full-Item-Bildraum. Das wäre der Plan. Full-Item-Bildraum. Das ist zu verhindert eigentlich. Hauptsache irgendwas. Hauptsache Full-Item-Bildraum ist. Will ich den jetzt kaputt machen, den Al-Rundi? Er hat in einem bestimmten Position die Beschwörungen... Da, 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 und... Al-Rundi war eigentlich nicht derjenige, der die Rebellion startet. Er will das für den Rest des Lebens bereuen. Er ist Entscheidung. Aber wagt sich bitte sorgfältig ab. Will die Gerechtigkeit nicht den kurzfristigen Nutzen. Naja. Na, egal. Ich habe jetzt keine Bock, keine Lust da runterzufahren. Und ich habe den schon besiegt. Von daher kriege ich keine Welt. Danke, ich habe ihr Tage. Da treffen wir drüber lachen. Okay. Ja, da können wir dann drüber lachen. Ist klar. Revolution? Wer hat das gesagt? Ich habe ihn ja schon besiegt. Von daher. Beisachspunkte erhalten. Ja. Die Hoffnung der Bauern. Ja, wie sind die Hoffnung der Bauern? Die armen, armen Bauern. Keine Ahnung, was die jetzt davon haben. Aber die werden auch nicht von den Rebellen angegriffen. Die Rebellen, die... Oder die Bauern, die helfen den Rebellen ja auch. Ja, das ist immer blöd, so ein Zweifrontenkrieg. Habe ich mal ein Fragment, noch besteht die Rüstung. Amumu voll. Oh, Amumu ist abartig. Habe ich lange nicht mehr gespielt. Habe ich eigentlich noch nie gespielt. Ich fand den immer krass OP. Man braucht halt die richtigen Items dafür. Aber man könnte mit ähnlichen Items für Rammus auch mit Amumu klarkommen. Aber das einzige, was man auf alle Fälle braucht, ist Mana. Das heißt, der Kelch muss mit rein. Ansonsten kann man Amumu in die Tonnen treten. So. Oh, genau. Die Palisaden, genau. Die könnte ich noch verkaufen. Aber das ist halt sonst wo. Wir haben zwei Beitragspunkte. Können wir gleich mal kicken hier. Wie sieht es mit den Behausungen jetzt aus? Ja. Ah, geil. Die sind schon fertig. Jetzt 40 Minuten. Machen wir. Dann hier ist noch was und hier ist noch was. Hatten wir Arjan. Die Behausungen machen wir auch gleich noch besser. Okay, die sind schon voll. Die sind schon voll. Die kosten 3 oder 4. Auch immer. Und da ist ein paar Mal. Das ist nämlich noch mal die Oberfläche. Ich war's.